Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der sechsten Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Vorinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilder, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von Ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Ja, auch nett. Sehr nett sogar. So, ich sehe nichts. Ich höre nichts. Ah, ich höre doch was. Hi, Ghost. Bist du Ghost? Oh, Unterwasser-Missionen. Unterwasser-Missionen. Schön schön. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Jetzt habe ich Hunger aufgesteckt. Oh, Dallas. Ah, das sind die anderen. Uah. Außer, was meinst du hier? Mitfahrer. Ja, das waren so die Bäume. Sie benutzen menschliche Schilde. Der einzige schöne Tag war gestern. Hehe. Hab verstanden. Schubt der jetzt automatisch? Ja. Leider. Los, Froschmänner. Aber schwimmleisch nicht normalerweise mal oben? Okay, das ist Zack. Das ist Robert. Ich möchte ganz gerne wissen, mit wem ich unterwegs bin. Nomad. Ghost. Ghost, zeig mir dein Gesicht. Ist klar, er hat hier seine Maske auf. Ja, sehr passend. Waffen bereit machen. Oh, McTavish. Sichtkontakt beim Geländer. Feuererlaubnis erteilt. Schalt der Pfeilcensor. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Ich passe immer auf. Mehr oder weniger. Okay. Sicher. Alles in Ordnung. Roger, Hotel 6. Team 2 wird sie sichern und evakuieren. Ab nach oben, die restlichen Zivilisten finden. Okay, ab nach oben. Kommando, wir rücken zu Deck 2 vor. Der Bereich ist gesichert. Mit dem Team zu Deck 2 vor uns. Und du bist, bist du Robert? Nein, du bist Peasant. Oh, du bist ein Lama-Arsch. Die folgen wie Ghost. Sektoren beobachten. Feindlicher Heli auf Patrouille. Aufpassen, Hotel 6. Roger. Heli im Anflug runter. Hotel 6. Weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Stoßen wir vor. Ja, alles sicher. Ja, alles sicher. Das gefällt mir nicht. Wir deponieren hier C4. Los. C4 passiert schon. Erhöhte Position mit. Wenn Sie den Kräder erhalten, schlagen wir zu. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis Sie näher sind. Barbara? Freut mich. Barbara? Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. War am Weg. Los. Hehehe. Kommando, hier Hotel 6. Wir sind aufgeflogen. Verstanden. Es müssen auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellungen kümmert. Au revoir. Roger. Vorderheil Evakuierung bei Landeszone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. Bewegung. Bewegung. Wart mal eine Thermale an. Das macht Spaß. So. Nee, 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 nee. Die Zeit, die auch mal irgendwo mal wieder... Ah, was ist alles drauf? Ich hab grad drei Stück, das ist nicht mehr normal. Oh, Entschuldigung. Hotel 6, Team 2, evakuiert die Geiseln von den unteren Decks. Sofort auf dem Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Wir arbeiten da, Ende. Weiß nicht der Heli, runter, runter! Weiß nicht! Wir sind nicht auf der Seite, die sind auf der Seite. Ich glaube, ich bin doch schon. Wir sind nicht auf der Seite. Weg für das Anlassien. Von den unteren Decks. Sofort auf die Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Wir arbeiten da, Ende. Ziel erledigt. Kontakt erworben. Oh. 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 Oh, danke. Das war gut. Holla! Das war's für heute. Spiegel! Sind leer geschossen! Helikopter auf Sprechvor! Hinweg auf! So! Moment, was war das denn gerade so geschehen im Wasser? Zieh das wohl. Hey, tut mir leid, mir gefällt das aber mit. Stinger! Fällt mir ja noch besser. Oh shit, 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 danke. Ziele! Ziel! Ziel, sieben Uhr! Rösser, Ziel erfassen! Ziel neutralisiert! Nein, dann! Aufteilen und durch die Gänge hier ausgärben. Ungeschützter Fein zu Fuß! Granate, Bewegung! Oh, mein Säckerl! Au, au, au! Ah, die werfe ich auch schon. Ich gehe nach oben. Ziel erledigt! Ach, ihr seid doch mal. Ghost! Aua! Aua! Ach, Mann! Da sagt man schon mal, Aua! Und dann passiert sowas. Jo, 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 jo. Hab ich jetzt eigentlich meine Stinger? Jawoll, hab ich. Jagd hier gar nichts. Ich habe keine Granaten mehr. So. Ich habe keine Ahnung, was der mir gerade gesagt hat, aber das ist mir. Relativ. Oh, da müssen wir jetzt leider mal das nehmen. Na los. Die Geiseln retten sich nicht von selbst. Oh, F2. Vorwärts. Oh, wie ein Thermal-Siegel. Zieh auf eine Uhr. Die setzen wir auch ein. Das haben alle Teams. Rück uns mal raus. Wir haben gerade auf den Kontrollen hier drauf. Shit. Kontakt, die erste Kontrollen. Granate. Granate. Russia.